Was geht ab, alle liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo, wow, nur wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Wir haben das Comeback, ja, man kann schon sagen Comeback, nachdem Jamule ja wirklich für eine lange Zeit jetzt von der Bildfläche verschwunden war, mehr oder weniger, auf Instagram alles gelöscht hat, sich kaum zu Wort gemeldet hat, haben wir jetzt, ähm, Blutige Tränen X Rockstar, also ich denke mal zwei Songs in einem, ähm, Putzit von A-Side, äh, A-Side, sehr, sehr korrekter Dude, schaut uns gerne raus, Bruder, und, ähm, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt, man. Holy shit, Jamule, wie gesagt, einer meiner Lieblingskünstler, ähm, ich würde sagen, in den Top 3 mit, ähm, Luciano und Ufo, was Deutschrap angeht für mich, ähm, haben wir jetzt was Neues. XXL zum Beispiel, der meistgehörte Song von mir in 2020 gewesen, ich bin fucking nochmal gespannt. Freunde, by the way, schreibt mir mal euren meistgehörten Spotify-Song rein, aus 2020, in die Kommentare. Wir hatten ja alle so einen Rückblick, Spotify, rapped up, außer komische Leute, die irgendwie Amazon Music oder so benutzen, was ich nicht verstehen kann. Ähm, schreibt mir gerne mal euren meistgehörten Spotify-Song rein, würde mich tatsächlich interessieren, weil viele von meinen Kollegen hatten auch XXL in der, äh, in der Top 5 zumindest drin. Und ich glaube, der war bei vielen ein bisschen, äh, weiter oben dabei. Ich bin jetzt sehr gespannt, blutige Tränen, X-Rockstar von Jamule, wir schauen ganz kurz rein, Produziert von A-Side, wie gesagt. Und, ähm, das, äh, äh, Video ist von Ian Fernley und Ali Akgül. Sagen wir beides nichts. Sagen wir beides nichts. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ja, wir hören rein, let's go. Genau, wir haben diesen ganz, 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 ganz kurzen Outstand auf Instagram gesehen. Den hab ich schon gesehen, wie er in so'n, ähm, wie nennt man das? Sowas wie bei den anonymen Alkoholikern, wo man so über seine Probleme redet in der Gruppe mit Menschen. Das fand ich schon sehr stark, da hab ich schon Gänse aufbekommen, Mann. Ich hab echt Gänse auf ein bisschen, muss ich sagen. Ey, okay, wir hören erst mal weiter. Das ist eine starke Zeile, Mann. Ich kann nicht drüber reden, aber schreiben. Ich, 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 ich glaube, es geht wirklich vielen, vielen, vielen Musikern so, dass die Sachen mit Musik verarbeiten. Mama, warum lässt du mich allein? Aber schreib. Mama, warum lässt du mich allein? Okay, Mann, es wird wirklich, es wird emotional, Mann. Wie er nach oben guckt und sagt, Mama, wieso lässt du mich alleine? Denn niemand von ihnen kann mich begreifen. Ja, ich weiß, ich muss ein bisschen reifen. Sag mir nur, wann sind sie endlich leise? Ich bin gut, ich bin schlecht, sie entscheiden. Boah. Was ne Scheiß? Brauchte nur ein bisschen Zeit. Boah, ey, das ist die perfekte Antwort, Mann. Es ist halt einfach Real Talk so. Ähm, ja, ich weiß, ich brauche, ich muss ein bisschen reifen, aber so vom, vom Sinn her, sag mir, wann ist denn genug? Wann habe ich mich genug entschuldigt? Kann ich diesen Fehler nie wieder in meinem Leben gut machen? Habe ich eine Sache gemacht und ich werde mein Leben lang darüber verurteilt, so? Und da gibt mir doch zumindest die Chance, mich zu entschuldigen, gibt mir die Möglichkeit, mich zu äußern. Aber diese Möglichkeit wird oft Leuten genommen, weil wenn die einmal was Falsches machen, direkt gecancelt heutzutage. Das spricht ja sehr gut an, Mann. Holy shit. Du musst sie entscheiden. Was ne Scheiß? Brauchte nur ein bisschen Zeit. Boah. Der, der ich mal war, wollte ich nicht sein. Ja, ich hab dieses bisschen Sly. Denn der, der ich sein will, kann ich nicht sein. Boah, ist gut. Ich bin mit dir mein Glück geteilt. Du fällst mir in den Rücken rein. Jetzt spricht er über das andere Video. Es sind ja zwei Skandale mäßig gewesen, ja. Über das andere Video mit der Frau. Auch sehr, sehr gut dargestellt. Ein ganz, 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 ganz leerer Raum. Nur die Frau, die ihm die Augen zugehalten hat und dann auf einmal weg ist. Und jetzt kann er klar sehen. Damn, die Symbolik in diesem Video ist strong. Kann sein, dass da eine Lecke bleibt. Kann schon sein. Doch besser als wahrer zu sein. Boah. Das alles ist wie ein Spiel. Hab zu vieles gesehen. Auf dem Weg zu meinem Ziel. Siehst du mein Lächeln weggehen? Gott, gib mir noch eine Chance. Boah, ey. Dieser Sound von Jemot. Ich hab ihn so vermisst. Ich hab ihn so vermisst. Das Video zum Beispiel ist auch sehr simpel, aber so effektiv einfach. Auf dem Weg zu meinem Ziel. Siehst du mein Lächeln weggehen? Gott, gib mir noch eine Chance. Ich hab Blut hier gedreht. Pack den Schmerz in die Songs. Damit sie mich verstehen. Das alles ist wie ein Spiel. Hab zu vieles gesehen. Auf dem Weg zu meinem Ziel. Siehst du mein Lächeln weggehen? Es ist halt mal was anderes von Jemot. Es ist was sehr, sehr Persönliches. Hat aber denselben Sound, die wir gewohnt sind von ihm, Mann. Es ist bis jetzt das strongste Comeback meiner Meinung nach, was hätte kommen können. Gib mir noch eine Chance. Ich hab Blut hier gedreht. Pack den Schmerz in die Songs. Damit sie mich verstehen. Auch eine gute Zeile. Pack den Schmerz in die Songs. Damit sie mich verstehen. Das war jetzt der erste Song. Blut hier gedreht. Und jetzt kommt Rockstar, I guess. Ja. Okay. Ey, es wurde dieser letzte Sound von dem letzten Wort aus dem ersten Song wurde jetzt hier in den Beat gepackt bei Rockstar. Boah. Nice. Oh, Wishside, Wishside, Aside. Ich liebe seinen Producer-Deck. Ich liebe ihn. Oh, das ist der alte Jamud. Wie wir ihn kennen, wie wir ihn lieben und wie ich auch gerne mal mit ihm kuscheln würde. Oh, das ist dieses arrogante Herabblickende von ihm so. Alle haben sich gefragt, wo ich bin. Jetzt bin ich endlich da. Bitteschön so. Und er sieht so gut aus in All-White, man. All-White. Wie heißt dieses? Nicht Eierscheinfarben, aber so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Ich hab den Fachterminus dafür nicht. Obwohl ich mich mit Farben sehr gut auskenne. Ich hab Farbologie drei Jahre studiert an der Uni in Münster. Wie ein kleines Kind, ihr habt's versucht. Doch es klappt nichts. Hm. Nimm dir mal, hörst du nen Jules. Äh, äh, äh. Weil ich wieder da bin. Oh, ey. Das ist dieses andere Feeling, was ich gerade habe. Holy shit. Okay. Der erste Song war emotional, hat Gänsehaut gebracht und war gefühlvoll und war so, okay, Bro, war wichtig, dass er so einen Part gemacht hat. Aber dieses Rockstar-Ding ist diese andere Bombe, die gerade gezündet wurde jetzt. Ich hoffe, dass beide Songs noch als Vollversion rauskommen. Doch es klappt nicht. Schaut ihn euch an, Mann. Nimm dir mal. Auch diese Ballons oben, dieses All-White-Ding, dieses Glässige. Wenn du nen Jules in meinem Kopf drinst, weil ich wieder da bin. Boah, auch dieses Lächeln, weil ich wieder da bin. Diese Pause auch. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Glücklicher Flo ist glücklich. Oh, dieser Beat, das ist dieser andere Beat. Ich lebe wie ein Rockstar. Kein Glück, es passiert nur, weil ich Bock hab. Boah, auch diese Aussage, Mann. Diese Lines. Holy shit, er hat die Pause so gut für sich genutzt, Mann. Kein Glück, es passiert nur, weil ich Bock hab. Was ist das für eine Baba-Aussage, Mann. Ich lebe wie ein Rockstar. Kein Glück, es passiert nur, weil ich Bock hab. Ey, du hast es im Leben geschafft, wenn du so sorgenlos und frei im Leben tanzen kannst, wie Jamul es dir in diesem Musikvideo tut. Dann weißt du, okay, du hast es geschafft, du bist happy, du hast dein Lebensstil erreicht, quasi. Ich lebe wie ein Rockstar. Kein Glück, es passiert nur, weil ich Bock hab. Fame-geile Bitches suchen nach Relevanz. Wollen an mein Business kriegen, aber nur... Halt den Kreis. Hm. Ey, Shoutouts an A-Side für diesen Beat erst einmal. Shoutouts, Mann. Uh, was ein Flow. Boss Down, nach der Santos kommt die Richard Mill. Das ist auch eine nice, ähm, Anspielung auf seinen Song mit Nico Santos. Nachdem er einen Song mit Nico Santos gemacht hat, kommt jetzt die Richard Mill. Und halt die Uhr Santos. Damn. Ich hab's versucht, doch es klappt nicht. Nimm dir mal, jetzt. Äh, äh, äh. Äh. Weil ich wieder da bin. Ah, fuck, hab die Pause falsch gesetzt. Sorry, Leute. Ich hab gar keinen Tag dafür. Sorry. Doch, denn ich bin ein Popstar. God's plan, häng nicht mehr am Block ab. Oddband, lebe wie ein Rockstar. Kein Glück, es passiert nur, weil ich Bock kann. Dieses teilweise so gelangweilte in seiner Stimme, aber auch dieses, ich weiß, ich bin gerade immer noch der Gehypteste, ob ich jetzt eine Pause gemacht habe oder nicht. Ich weiß, wer ich bin, so. Und ihr seid alle ein bisschen unter mir. Das ist einfach so diese abnormal gute Kombination in der Stimmlage. God's plan, häng nicht mehr am Block ab. Oddband, lebe wie ein Rockstar. Kein Glück, es passiert nur, weil ich Bock hab. Meine Lieblingszeile, Mann. Das ist meine Lieblingszeile. Und auch wie er tanzt. Er tanzt wie so ein fröhliches Kind, was ein Lolli bekommen hat. Genau so sorgen, dass tanzte er in diesem Video. Ich sag's, wie es ist. Mein Lolli hat er nicht bekommen. Stark. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Vom Beat zum Video. Zu dem, dass er zwei Songs in einem gemacht hat, sag ich mal. Besser hätte dieses Comeback meiner Meinung nach nicht sein können. Man weiß natürlich nicht, hätte, hätte, Fahrradkette. Warum sagt man das überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Aber man weiß natürlich nie, was gewesen wäre. Aber das ist für mich das beste Comeback, was hätte passieren können. Wie ein Profikaufmandarinen an dieser Stelle. Weil wir an erster Stelle dieses Emotionalere haben. Wo er sich nicht rechtfertigt, aber wo er sich erklärt. Und wo er auch sagt, ey, irgendwann ist es auch gut. Ich hab mich jetzt so oft und so lange entschuldigt. Ich weiß, ich hab, äh, ich, 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 ich musste noch wachsen. Ich weiß, ich war dumm. Er distanziert sich von seinem früheren Ich und sagt, ich hab einen Fehler gemacht. Aber ich möchte, ich, 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 ich möchte nicht mehr der sein, der ich mal war. Ich bin jetzt einfach ich, mein wirkliches Ich. Und droppt dann diesen Banger von Rockstar, wo alles gestimmt hat. Von, von Atmosphäre, von Beats, von Aussehen, zur Aussage, zu musikalischen Sachen. Rockstar ist für mich einer der Top 3 Jamoodle-Songs. XXL, vielleicht Selfie ist mein persönlicher Favorite noch mit. Und dann würde ich Rockstar jetzt schon mit reinpacken. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist, Freunde, ja. Glaubt es mir. Das war ein unglaublich starkes Comeback gewesen. Holy fuck. Ich sag, ich sag, dass es morgen auf einzelnen Trends findet, wenn ich aufstehe. Damn. Lass mich hier ganz besonders eure Meinung rein. Welchen Song fandet ihr besser? Fandet ihr Kombinationen gut? Und fandet ihr auch, dass es irgendwie perfekt war, quasi? Ich weiß nicht. Vielleicht spricht auch manchmal ein bisschen der Fan aus mir. Ich werde es auch nicht genau sagen. Aber auch objektiv gesehen, glaube ich, ist es einfach ein krasses Comeback gewesen. Und so strong zurückzukommen ist auch nicht gerade einfach, ja. Lass mir auch mal dazu bitte in den Kommentaren da, Freunde. Lass uns ein bisschen was austauschen, so wie Pokémon-Karten damals im Kindergarten. Und dann würde ich sagen, wobei nicht im Kindergarten, das Pokémon-Karten hat mit einer Grundschule getauscht. Im Kindergarten kann man noch gar nicht reden, Freunde. Ich würde sagen, jetzt ist mein weiterer wunderbarer Video. Ihr bleibt fresh, so wie immer. Und dann sehen wir uns morgen, Freunde. Ciao.